In den USA stehen die Kandidaten für die Präsidentschaftswahl im November fest. Amtsinhaber Joe Biden und sein Herausforderer Donald Trump sicherten sich bei den Vorwahlen ihrer Parteien genügend Delegiertenstimmen. Damit läuft die Präsidentschaftswahl am 5. November auf eine Neuauflage der Wahl 2020 heraus, bei der Biden den damaligen Amtsinhaber Trump besiegt hatte. Formal gekürt werden die Präsidentschaftskandidaten der Demokraten und der Republikaner auf Parteitagen im Sommer. wenn die landesweiten Vorwahlen abgeschlossen sind. Der Parteitag der Republikaner findet im Juli in Milwaukee statt, der Parteitag der Demokraten im August in Chicago.